Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum ersten Teil der Firmenpräsentation von Domsel Consulting. Mein Name ist Mario Domsel und ich bin einer der beiden Begründer von Domsel Consulting. Gemeinsam mit meiner Frau Susanna haben wir 1998 das Unternehmen Domsel Consulting als klassische Personalberatung gegründet. Mittlerweile hat sich unser Firmenportfolio deutlich erweitert, dazu aber gerne mehr auch im zweiten Teil unserer Firmenpräsentation. Wir beschäftigen aktuell acht festangestellte Mitarbeiter. Wir arbeiten mit zwei Partnern regelmäßig und sehr eng zusammen. Des Weiteren haben wir einige freischaffende Mitarbeiter, die wir je nach Projektgröße und Projektumfang entsprechend einsetzen. 2011 ist es uns gelungen, unsere Tochter an Bord zu holen und somit haben wir den Status eines klassischen Familienunternehmens erreicht und auch natürlich gleichzeitig die Firmennachfolger, die Nachfolgeregelung vorbereitet. Unser Firmensitz ist im Süden Hessens, genau in Lampertheim Hofheim. Dort sitzen wir seit 1998 und von dort aus erreichen wir das Rhein-Main-Neckar-Gebiet binnen einer Stunde in einem ganz großen Radius, sowohl firmentechnisch als auch kandidatentechnisch. Soviel zu uns, zu unserer Firma, beziehungsweise kurze Vorstellungen im ersten Teil. Ich sage bis hierhin vielen Dank und möchte Sie begrüßen, gleich im zweiten Teil, in dem ich Ihnen unser Firmenportfolio etwas näher vorstellen möchte. Vielen Dank und bis gleich. Vielen Dank.